Es ist mal wieder Mittwoch, Zeit für Challenge WBS. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und falls euch Challenges, Rechtsthemen und meine Personen interessieren, dann lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Immer mittwochs machen wir die Challenge unter Challenge WBS. Jetzt packt ihr mir so viele Fragen in diesen Korb, wie es nur geht. Und ich versuche dann, möglichst viele innerhalb von drei Minuten zu beantworten. Und die Zeit, die läuft ab jetzt. Erste Frage. Angenommen, man hat nichts getan, verhält sich aber absichtlich verdächtigt und läuft dann vor der Polizei weg. Drohen Konsequenzen oder verliert man gegebenenfalls nur Zeit, weil man festgehalten und kontrolliert werden kann? Nein, du darfst jederzeit vor der Polizei weglaufen. Es kann nur sein, bei einer Verkehrskontrolle, dass du deine Personalien offenlegen musst. Es könnte in diesen speziellen Fällen eine Ordnungswidrigkeit darstellen, wenn man seine Personalien nicht zeigt. Aber in der Regel droht da nichts. Man kann also, wenn es keine spezielle Verkehrskontrolle ist, beispielsweise, und es auch sonst keinen Anlass für die Polizei gab, kann man einfach weglaufen. Kann nur sein, dass dann wirklich Zeit bei drauf geht, weil die euch dann hinterherlaufen. Darf ich auf ein Privatgrundstück ohne Zaun, ohne Führerschein, Motorrad, Auto fahren, auf dem eigenen, beziehungsweise Grundstück eines Freundes mit Erlaubnis? Also Freund hat ein, nee, das geht nicht. Das muss schon abgegrenzt sein. Nein, wenn das sozusagen in den Fließverkehr übergeht, funktioniert das nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, dass ich die Frage schon mal hatte. Ist diese Aussage richtig? Über 21-jährige Menschen dürfen mit 16-, 17-jährigen Menschen Sex haben, wenn sie es aus freien Stücken machen. Ja, das ist richtig, genau. Da gibt es dann nochmal Besonderheiten, wenn ihr die Aufsichtsperson seid, aber ansonsten funktioniert das so. Aber es muss aus freien Stücken sein, ganz wichtig. Dürfen E-Scooter mit einem Kinderanhänger unterwegs sein? E-Scooter mit einem Kinderanhänger. Das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Ich glaube, dass das eine Gefährdung im Straßenverkehr ist, denn wie soll das ordentlich funktionieren? Das sind diese Tretroller, der letztlich, und da ein Kinderanhänger, das klappt nicht. Wie weit ist Schwarzarbeit legal? Wenn ich einem Bekannten etwas repariere und er zahlt mir ein bisschen Geld für den Weg, zählt das schon als Schwarzarbeit? Nee, das zählt noch nicht als Schwarzarbeit. Das wäre noch eine Freundschaftsdienst. Den gibt es ja nun wirklich. Die Grenzen sind dann da, wo es eben keine freundschaftliche Verbundenheit mehr zwischen euch gibt. Und vor allen Dingen, insofern du das immer wieder und öfter machst und da immer wieder Geld für bekommst. Aber wenn nicht die Arbeit bezahlt worden ist, sondern das Geld für den Weg, dann auf keinen Fall Schwarzarbeit. Wenn ein Präsident eines Landes einen Deutschen umbringen würde, kann er dafür zur Verantwortung gezogen werden? Kann er dafür in seinem Land bestraft werden? Erstens ja, das deutsche Strafrecht gilt für deutsche Bürger, egal wo sie sind. Also kann man auch verurteilt werden. Und zweitens in seinem Land natürlich auch. Also er hat da keine Immunität, würde dann in der Regel aufgehoben werden. Und dann kann er entsprechend auch bestraft werden. Kommt natürlich aufs Land an. In Jemen laufen die Dinge vielleicht ein bisschen anders als hier. Gibt es eine Möglichkeit, einen illegalen Bau, der schon seit Jahren besteht und geduldet wird, nachträglich zu legalisieren? Nee, das wird schwierig. Gab es jetzt nochmal eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu? Auch wenn etwas schon lange Zeit illegal war und geduldet worden ist, zum Beispiel ein Weg immer befahren worden ist, dann heißt das nicht, dass er damit nur aufgrund von Gewohnheitsrecht plötzlich legal würde. Und das Gleiche gilt auch im Baurecht. So ohne weiteres funktioniert das nicht. Bei ganz langem Zeitraum kann das sein, 40, 50 Jahre, aber wer baut schon 40, 50 Jahre? Wer beantwortet schon 3, 4, 5, 6, 7 Fragen? Ich beantworte 3, 4, 5, 6, 7 Fragen. Das ist doch endlich mal wieder zur alten Form gefunden. Und ihr habt aber auch diesmal gute, knackige Fragen mir gestellt. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Ich wünsche euch noch einen tollen Mittwoch. Wir sehen uns hier morgen schon wieder. Kurz und knackig. Tschüss und bis dahin. Ach, ja, jetzt kommt das Outro. Sorry, die beiden empfehle ich euch auch noch. Falsche Knöpfe gedrückt. Egal. Also, könnt ihr euch auch noch anschauen. Sorry. Bis dann. Ciao.